ja ich laufe dann hallo und herzlich willkommen hier zurück bei sinnlosen minecraft mit dem captain kriso und dem domi mr meister und ich haben das letzte mal als wir aufgehört haben noch ein bisschen was weiter gemacht weil wir einfach noch ein bisschen spielen wollten aber keinen bock mehr hatten aufzunehmen wie man sieht haben wir uns ein bisschen um meine inneneinrichtung gekümmert aber was der domi gemacht hat weiß ich gar nicht ich bin fünfmal gestorben ja stimmt das zählt nicht in counter sein oder ja keine ahnung ich glaube es war näher weil ich habe mal ein video das heißt es zählt nicht okay ist eigentlich ein plan was wir heute machen das letzte mal haben wir hier fertig gebaut ja stimmt das ist und eigentlich wir wollten wir wollten farmen gehen weil du hast nichts mehr ich habe nichts mehr und irgendwie ist alles doch lass uns doch down under gehen oder mal wieder also wir haben ja das letzte mal auch noch diskutiert was wir dann alles noch so machen wollen ja und ich glaube das wird noch ganz spannend ähm ich weiß nicht wollen wir was verraten oder wollen wir nichts verraten oder wir verraten wir wollen erstmal noch ja ja ähm was wollte ich denn noch ähm ich könnte mir vielleicht noch eine spitzhacke machen und die mitnehmen ja das muss ich auf jeden fall auch ich brauche spitzhacken ähm und rüstungsteile und ich hätte auch gern ähm ich hätte auch gern wackeln mhm weil die brauchen wir höchstwahrscheinlich äh und ich hätte glaube ich auch gern noch so ein bisschen ähm rüstung äh ja aber was ist das genau äh es gab schon wieder update hast du das eigentlich mitgekriegt ja ein kleines irgendwie ja äh finde ich aber ganz cool ja jetzt gibt es irgendwie noch mehr verschiedene holztüren und so genau und äh so wie ich das gelesen habe auch ein paar äh ne das war das andere update ist noch nicht also in 1.19 soll das dann kommen glaube ich mhm was äh neue gegner und so ah vielleicht kriegen wir dann auch einen silberfisch ja na na gibt's gibt's aber was silberfisch silberfische gibt's ja die habe ich aber noch nicht gesehen die gibt's nur in den festungen wo die enderportale sind aaaaah sieht man mal wieder dass ich keine ahnung hab mhm und spitzhacke 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 naja nehmen wir mal 3 mhm Entschuldigung ich habe mich glaube ich ein wenig erkältet ich war nämlich auf einem festival im übrigen schönen Dank fürs warten und trotzdem noch zugucken ähm und weil ich natürlich mal wieder spontan einfach nichts gemacht habe aber äh hat sich ja keiner beschwert außer der David wieso naja weil der David glaube ich der einzige ist der das regelmäßig äh abends anguckt bevor er ins Bett geht einschläft ja warum nicht finde ich aber ziemlich witzig und jedes mal wenn kein Video kommt kriege ich eine Nachricht äh heute kein neues Video ähm ja ich glaube ich hätt's ja warte ja das kann eigentlich noch was 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 das wollte ich raus tun und das ja gut dann würde ich sagen let's go Creeper ne ich will dich eigentlich nett mitnehmen ähm wo geh man hin ich hab da hinten eine entdeckt hm wo 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 ach da bist ja aukommor äh ich habe im übrigen wahrscheinlich meinen Haustierschlüssel verloren ziemlich äh ich hab's vor vorhin schon auf Facebook gelesen ja schon kacke war da etwa Alkohol im Spiel äh ja aber das hat damit überhaupt nichts zu tun Okay. Guck mal, hier ist das, glaube ich. Wo warst du? Auf den Sticky Fingers, oder? Ja. Sticky Fingers war echt ziemlich witzig. Okay. Eieiei, hier ist schon wieder ganz schön bunt. Ganz schön bunt. Ja. Na, schau an. Äh, wie, was machen wir denn? Wollen wir einfach gleich nach unten, weil Eisen haben wir ja genug, ne? Naja, ich meine, jetzt haben wir beide ein bisschen Rüstung, ein bisschen Eisen. Spitzhacken gebaut. Ja, stimmt. Wo kommen dann da schon wieder Pfeile geflogen? Weiß ich nicht. Ich hab gerade welche verschlossen. Ach so, dann warst du es du. Okay. Dann ist gut. Äh, wo bist denn du? Ich baue hier gerade ein bisschen Eisen ab. Ach so. Ja, ich bin auf dem Weg nach unten. Ey, hast du schon die Nazis aus Trier gesehen? Was? Die Trier-Nazis auf YouTube. Nee. Alter, ohne Scheiß. Die rufen halt zum nationalen Widerstand auf. Und mit Fackeln stehen sie da und schieben irgendwelche Nazi-Parolen. und man halt denkt, ey, alter, sag einmal, was geht denn ab? Und als nächstes zeigen sie wohl, äh, gleich wie sie zum Asylantenheimrennen uns anzünden mit ihren Fallen. Solche Spackos, ey. Da wird man vielleicht gleich ganz anders. Nee, hab ich immer noch nicht gesehen. Ohne Scheiß, das ist doch nicht normal. Was soll denn der Käse? Können dich kotzen? Ja, die Tiroler. Hm. Was sagst du? Ich sag die Tiroler wieder. Hä? Aber Trier ist doch nicht in Tirol. Ach, Trier. Wie komm ich jetzt irgendwie? Keine Ahnung. Irgendwie komm ich jetzt auf Tirol. Nee. Trier, mein Freund. Jawohl. Ey, hast du jetzt mal EP eingesammelt oder was? Ja. Äh, oida, oida, hier geht's arschweit runter. Ah? Ja. Das ist ganz schön heftig. Uiui. Und, ich mein, wir könnten runterspringen, da ist Wasser, ne? Ja. Wollen wir das mal tun oder hast du Schiss? Let's go. Okay, aber nicht in der Lava landen, ja? Springt gerade runter. Da ist Wasser. Ja, go. Und, überlebt? Ja. Gott. Ja. Und gleich Volt. Na, schau. Das Problem ist bloß, wir haben keinen Eimer dabei, ne? Doch. Echt? Du hast einen Eimer? Warte, hier kannst du den haben. Wo denn? Wo bist denn du? Ja. Hallo. Was, ihr wart gestern was? Auf dem Wasserschloss Klaffenbach. Was zur Hölle? Das ist bei Chemnitz. Wer ist wir? Äh, der Andi und ich. Weiß nicht, kennst du den Andi noch? Andreas? Klug. Ja, wurscht. Äh, auf jeden Fall, der hat eine Karte für ein Konzert dort übrig. Was denn für ein Konzert? Ähm, Within Temptation. Oh, der Herr. Ja, ich muss sagen, saugut. Ja? Ja. Also ich, das letzte, was ich von denen gehört habe, war irgendwie, ähm, vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder was. Aber. Ich wusste gar nicht, dass die noch was machen. Aber ich muss echt sagen, super Leichtband. Echt? Ja. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich die gesehen habe, das war vor Ewigkeiten am Highfield mal. Und, äh, also da, ich konnte ja mit der Musik nix anfangen, ne, weil, äh, das ist ja so Gothic-Zeugs. Ja, Symphonic-Metal halt, ja. Symphonic-Dralala-Metal. Also ist ja überhaupt nicht meins. Ähm, aber, ja, wenn, pff. Wenn, wenn's barst, dann barst, ne? Ja. Auf was für einer Höhe sind wir denn eigentlich? Du hast ja keine Karte mehr. Doch. Wie bist denn du dann gestorben? Ich bin doch da, genau weiß ich's auch nicht mehr, aber halt direkt hinter unsere Häuser. Und deswegen konnte ich so gut wie alles, oder? Ja, ja, stimmt. Alles wiederholen. Ja, also von der Höhe her wird's ja passen für Diamonds, ne? Aber... Hm? Hm? Äh... Was sind sie denn? Zambosen. Zambosen? Ja, was gibt's da? Was wüsst du eigentlich? Ach, da hinten steht... Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ja. Aber da ist nix Spannendes. Ähm, ja. Also, aber Stiggis war echt witzig. Also, äh... Sepultura hab ich zwar nicht gesehen, weil ich so geschlafen hab. Okay. Äh, ich kann sagen, ich hab, äh, auf einem Festival gespielt, wo, äh... Sepultura auch gespielt hat, ey. Ja. Kann ja nicht jeder von sich behaupten. Ja. Irgendwie... Hier bin ich jetzt wieder zurückgelaufen. Ja, in der Freiladen bin ich wieder zurückgelaufen. Hm, schlauer Julian. Ach so, aber da kann ich hier noch so weit bauen. Mö. Was geht denn da so? Ähm, die Folge ist auch schon wieder fast vorbei, ne? Ja. Verrückt, wie die Zeit verfliegt. Naja, das ist ja irre. Ich würde sagen, ähm... Oh, Mini-Zombie. Nach dem Mini-Zombie würde ich die Folge beenden. Ja. Piss dich. Hau ab. Ich finde die Dinger so nervig, weil die geben nicht mal EP. Da oben geht's noch weiter. Ja, hier geht's auch weiter. Aber ich glaube, ich baue mich hier jetzt erstmal ein. Äh... Weil, dann machen wir doch mal Ende Gelände. Ja. Okay. Okay, dann, ähm... Bis zum nächsten Mal. Und, äh, viel Spaß und Liebe. Wir sehen uns dann. Okay. Bis zum nächsten Mal. Hey, herzlich willkommen auf meiner Endcard. Und schön, dass ihr eine Woche gewartet habt, bis die nächsten Videos rauskommen. Ich habe heute noch keine Lust, eine neue Endcard zu machen. Aber da oben, wie immer, der TechChick Channel, den ich mit dem Simon mache. Und da unten, der Albert. Ansonsten, checkt doch mal auf Facebook vorbei oder sonst wo. Ähm, denn das steht in der Videobeschreibung. Gebt eure Kommentare ab und adi.